Jetzt kriegen meine Freunde ein bisschen Salat. Die sind aber ziemlich verwöhnt, wie ihr gleich sehen werdet. Hier, Felsalat. Felsalat. Guckt euch das mal an. Eigentlich sind das ja Schweine und die müssen sich eigentlich drüber stürzen. Aber ich habe die wahrscheinlich so verwöhnt, die kriegen nämlich immer ein tolles neues Öl drüber. Diesmal haben wir nämlich das Traubenkernöl. Da stehen die total drauf. Letzte Woche gab es Walnussöl. Na gut, verwöhnt ist verwöhnt. Jungs, einen Schuss Öl. Dann gucken wir es schon. Schmeckt ein Schuss Öl. Schmeckt das einfach viel besser. Ui, der war schon fertig. Tja. Läcker. Auch ein Läcker. Auch ein Läcker.